Anna Tomasch, das Riesen-Tablet zum Erziehen. Hallo zusammen, ich bin Rania und ich studiere Humanmedizin an Uni Bern. Und das ist Anna Tomasch. Er ermöglicht dir reales Erforschen. Da drauf sind also nicht Disney-Figuren, sondern echte Präparate von Körperspendeln. Doch was kann man überhaupt alles ausprobieren? Hier kannst du durch das Präparat durchscannen und eine Struktur, die dich interessiert, anklicken. Oben in der Ecke werden dir wichtige Informationen dazu eingeblendet. Beispielsweise kannst du sehen, von welchen Nerven dieser Muskel innerviert wird. Und hier noch den genauen Verlauf des Nervens ansehen. Eine andere coole Möglichkeit ist gleichzeitig die zweite und dreite Ansicht einzublenden. Hier oben siehst du, auf welcher Höhe du dich gerade im Präparat befindest. Und hier unten kannst du den Querschnitt dazu ansehen. Teste dich selbst. Dafür gibt es einen Quiz-Mob. Am besten finde ich selbst Create-A-Quiz. Die Frage erscheint und zur Antwort klickst du auf die Struktur, die du für richtig hältst. Mit den üblichen Gästen kannst du das Präparat jederzeit positionieren. Der Tisch gibt dir direktes Feedback. Mache ich etwas falsch, so zeigt er mir die richtige Struktur an. Am Schluss kannst du dir deine Ergebnisse ansehen. Hier siehst du, wie lange du für das Beantworten gebraucht hast. Und hier, was du verwechselt hast. Das Quiz kannst du auch gegen Freunde spielen. Natürlich kann der Tisch noch vieles mehr. Über den Physiologie-Modus kannst du dir die Gelenkbewegungen des ganzen Körpers ansehen. Und auch sehen, welche Muskeln diese ausführen. Mit dem Anatomage kannst du verschiedene Steps physiologische und pathologische Präparate miteinander vergleichen. Und dies an echten Spenderkörpern. Wenn ich dir das Interesse wecken kann, komm doch in Bitment vorbei und probiere den Tisch selber aus. Bei Fragen kannst du dich an meine Wände oder dich für ein Einführungskörschen anmelden. Wenn und wo du mich finden kannst, ist unten in der Description verlinkt. Ich freue mich auf dich!